Ich vergesse mein Leben nicht. Es waren Europameisterschaften als Schüler und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, der kann Europameister werden. Was haben die in Höchstwieder gelacht? Sie hielten mich für eine Idiot. Pitsch hat damals schon zu mir gesagt, du Dieter, hör mal, der wird mal ein ganz großer, der kann es bis zur Weltmeisterschaft. Ich habe gesagt, du spinnst doch oder so. Und ich hatte dann die Lache auf meiner Seite, ich habe aus Den Haag angerufen und gesagt, großer Bahnhof, drei Goldmedaillen. Ja, das war schon so der erste große Erfolg. Da war schon was los. Die Lache ist mein Leben nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Vielen Dank.